Es gibt viele Maps. Es gibt viele Maps, aber nur ein Map. Was ist denn das da? Tactical Terror TNT? Was? War es gerade nur bei mir? So, was weiß. Oh, die mag ich. Okay, meine Ice Map. Sagt mir gar nichts. Auf dem Tanker oder was? Oh, das ist cool. Auch wieder nur Trufholzen wahrscheinlich. Ah, auf dem Tanker. Cool. Oh Gott, das ist ja schon wieder so eng. Zur Zeit, Alter. Äh, ich hab mich verlaufen. Verlaufen? Das ist wieder so eng hier. Ach. Kaputt bist du. Alter, wie geil ist denn diese Map? Schon wieder, du. Mann, nein, 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 nein. Das ist doch schön. Ultrakill. Ultrakill. Oh Mann, warum lasst ihr mir nicht mehr... ich will endlich mal einstecken oh fuck ich hab 3 Energie nur noch na wo bist du? wo bist du? so 3 Energie Typen brauch ich Flak Meister da warste Berechtigung zum Töten durch Gesetz das hab ich aber schon mal besser gespielt zum Beispiel beim Video ja die Leute sehen ja jetzt hier bei dem Video auch grad nur meine Sicht deine Sicht auf die Dinge kann ja noch ganz anders aus das ist ich bin aufgeputscht mit IBO 800 und nen fetten Antibiotika oh fett das benutzen wir hier wuhu weglaufen 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 oh weglaufen sinnlos Berechtigung zum Töten durchgesetzt Berechtigung zum Töten ich hab mich selber auch gut es geht auch mit der Flakken geht das auch echt gut ja ich hab meinen eigenen Blutroche beendet sie werden sie werden meine Fürze spüren hat grad meine Tante gesagt kann aber auch was anderes Geißen haben sie werden meine Fürze spüren ein neues Lied von Rammstein spür dich fort spür dich fort das Schlimme aber das brennt in den Augen oh nein ich hab mich selber gerichtet die Map ist ja freaky aber gar nicht scheiße sie ne hier gibt es eine Menge coole Maps ich war eine kleine schwarze Tränen um dich aber ganz kleine oh hier Nightmare The Nightmare Begins was Ich hab The Nightmare Begins das ist wieder angemacht ich weiß nicht wovon redest dann hast du das kaputt gemacht man du Hund Hund alter Alter jetzt aber ich hab aber nur noch 10 Energie also 10 positiv braucht mich eigentlich nur antworten nicht zum Tod fort aber einen hab ich doch vorher mitgenommen fort 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 oh diese Erkältung ne ich bin ja ein Mann ne ich bin ja kurz vorm sterben ey das geht ja gar nicht 10 Kills verbleiben 10 Kills verbleiben oh das war ja lächerlich mhm ja das stimmt oh nein oh selbst ins Knie geschossen das war lächerlich durchs Knie in den Kopf von hinten durch die Boah oben ist ja geil wo die Gisch die ganze Zeit hochspritzt das ist ja cool wo was hochspritzt achso ja 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 das ist wirklich cool on the backside of the boat ich finde keine Gegner mehr ein Kill verbleibt ein Kill verbleibt und ich sehe keinen doch da rotes Team gewinnt das Spiel hat der gerade den Mittelfinger gezeigt nein der hat so gemacht als wenn er in den Kopf schießt ist das aha die war lustig oh entschuldigt für diese Erkältung befeuert befeuert ohohohoho